Hallo, kurz und knackiger Biertest. Heute teste ich das Bergfeldbräu Hell aus Poing. Das habe ich vom Hans aus Graf Rath bekommen. Ich habe jetzt Durst. Ich schenke mir das gleich ein. Hat fünf Prozent. Bayerisch hell. Schöne Farbe. Wenig Kohlensäure. Sehr wenig Kohlensäure. Süß, kalt. Einfach ein süffiges Helles. Danke, Hans.